hallo liebe klemmbaustein freunde willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und heute habe ich nach dem cyber truck noch mal etwas größeres wird voraussichtlich ein zweiteiler das set steht jetzt schon eine ganze weile bei mir rum fast ein jahr um genau zu sein beziehungsweise nicht stimmt gar nicht ich habe es gewonnen vor fast einem jahr seit oktober habe ich es aber erst zu hause stehen oder september oktober war es glaube ich meine mitte oktober kam es zu mir nach hause ich hatte schon mal eine kurze vorstellung gemacht gehabt zu dem zeitpunkt als es kam dazu gab es nämlich diese hübsche kleine tasche und lässt die ich mittlerweile sehr viel benutze vor allem wenn ich im bereich klemmbausteine unterwegs bin und dann irgendwie shopping mäßig habe ich die immer bei mir und ja es geht um die taverne eine zusammenarbeit von reobricks moxetsch und lässt die und ja wir haben sie ihm aufgebaut auch schon auf der spielwaren messe bei meinem rundgang gesehen etwas versteckt damit man sie bei reobricks nicht findet interessant gewesen aber ja und die bauen wir heute ich habe vor langer zeit mir schon mal ein review dazu angesehen allerdings gott sei dank keine erinnerung mehr daran mein gedächtnis ist überhaupt nicht das beste in diesem fall von vorteil denn so kann ich un eingenommen an dieses set drangehen und ich bin sehr gespannt wie sich das bauen lässt und wünsche euch jetzt viel spaß mit dem ersten teil dieses videos so zuallererst schauen wir uns jetzt mal das paket an ich habe noch nicht hinein geschaut es ist immer noch zu seit ich es bekommen habe und ja wir schauen mal wie wir das jetzt hier das ist aber gar nicht so easy oder ist das gar nicht die seite wo man aufmachen muss war da ein tesafilm deswegen dachte ich mir da geht das ding auf aber ah ok da geht das scheinbar nicht auf sondern hier das sieht mir deutlich einfacher zu öffnen aus hier oder ich habe dort einfach nur nicht diese teile hier gesehen ach genau hier da und da ja ich habe es übersehen egal ist es von der seite offen ist ja kein problem oh wir haben hier innen kartons karton im karton einmal b dann wird das andere wohl a sein und sprich a ist das was wir dann heute war sie uns vornehmen werden so auch das ist wieder hier mit tesafilm zu oder nehmen wir noch mal unser kater messer und dann haben wir eine dicke anleitung viele platten und natürlich viel mit verschiedene tüten das ist eine wirklich fette anleitung und ein paar tüten gar nicht so viele wie ich dachte ich hätte jetzt mit mehr gerechnet aber es ist tüte in tüte teilweise hier also die einzelnen tüten der einzelnen bauabschnitte sind sortiert das heißt wir haben hier die eins mit den tüten die zu eins gehören hier die zwei mit der tüte die zu den zwei gehört und hier die drei mit allen tüten die zu den drei gehört und platten haben wir extra einige 16 mal 16 pleite dann haben wir hier noch vier mal 14 so wie es aussieht 2 4 6 8 10 12 14 genau eine 8 mal 16 sehe ich hier von den firma 14 sind einige schauen wir mal werfen wir kurz einen blick in die anleitung der bauschritt nummeriert ist schon mal sehr gut tatsächlich das erste set was ich egal von lässt die oder von reobricks baue von mocksets sowieso also im prinzip ist das hier eine premiere auf meinem kanal wir haben ein kleines dicker bogen und das ist das ist weniger toll weil diese holzplanken gibt es von so vielen mittlerweile in bedruckt das hätte man anders lösen können das ist nicht so toll also das ist glaube ich dann eher pure faulheit muss ich leider so sagen die anleitung ist schön von der farbgebung her finde ich man muss so ein bisschen genauer gucken denn alles was neu gebaut wird ist rot umrandet aber alles was gebaut ist ist nicht verblasst oder ausgegraut dargestellt sondern ganz normal im gleichen farbton dennoch kann man danach sehr gut bauen und hat dann auch halt immer noch alle farben sichtbar das finde ich manchmal nicht verkehrt denn selbst alle farben sichtbar finde ich besser als ausgegraut verblasst dargestellt das finde ich die allerbeste aber nach verblasst kommt direkt schon alle farben sichtbar lassen weil ausgegraut und dass man dann nicht mehr die farben sieht diesmal gewesen sind das finde ich absolut katastrophe manchmal ja wir haben hier schon die ersten sticker das wird so ein kleiner weinkeller so wie es aussieht ja wir lassen uns mal überraschen ist auf jeden fall ordentlich was zu bauen am ende haben wir eine teile liste und hier haben wir das fertige gebäude ja wir haben hier 306 seiten mit oh ok ich wollte jetzt gerade sagen 100 bau abschritten aber er bauschritten aber das passt nicht hier sind wahrscheinlich noch mal unterteilung oh ja das kann man gar nicht jetzt so wirklich sagen wie viel das genau sind weil wir haben hier 100 mit dem bauschritt i 109 mit dem bauschritt h ich lasse euch jetzt einfach mal rechnen 70 mit dem bauschritt g 109 mit dem bauschritt e 154 mit dem bauschritt f 107 mit dem bauschritt e 124 mit dem bauschritt d 124 mit dem bauschritt d 137 mit dem bauschritt c da passiert immer ganz schön was pro seite manchmal immer manchmal ich weiß mein deutsch ist perfekt einfach katastrophe 131 mit dem bauschritt b und zu guter letzt 134 mit dem bauschritt a so ihr habt jetzt alles zusammen gerechnet oder auch nicht das hängt jetzt von euch ab dann wisst ihr wie viele bauschritte das komplett sind bau abschnitte sind es jedenfalls drei ja ich würde sagen legen wir los ich bin gespannt vor allem qualität also klemmkraft verarbeitung aber auch wie es sich bauen lässt legen wir los denn denn das ding hier da ist die mauszeiger ja ich habe drei monitore da ist es schwer manchmal den mauszeiger zu finden die man das ist besser die man das ist besser ja ich bin die man das ist besser ja ich bin Musik So, wir haben drei Bauabschnitte, 134 Bauschritte fertig. Ja, soweit haben wir das jetzt. Sieht schon richtig cool aus. Wir haben so ein kleines Kellerchen mit einer Ratte, mit Flaschen, mit Weinfässern, mit einem geheimen Zugang. Wobei so geheim ist der wahrscheinlich nicht. Der ist einfach nur Kriechzugang, wie es früher so war. Die Holzplanken haben wir natürlich aufgeklebt. Ja, mit einem Zugang in den Schankraum. Und hat bis hierhin schon mal gut Spaß gemacht. Klemmkraft ist super. Bin echt begeistert, wie gut die Qualität auch ist. Was ich allerdings kurios fand. Ihr habt das vielleicht gesehen. Ich habe nichts sortiert und ich musste auch nicht in mehreren suchen. Ich habe ja hier alle einzeln nebeneinander gehabt anfangs, weil ich dachte, das ist das Übliche. Man hat so und so viele Tüten, die zum Bauschritt gehören. Und ja, man muss sich dann die Teile suchen. Nee, Pustekuchen. Du baust Tüte für Tüte. Ich musste nur die richtige Schale finden, wo die Teile drin waren, die ich brauchte. Und hatte dann alle Teile, bis die leer waren. Und dann kam die nächste und so weiter. Und es blieb nicht ein Teil übrig. Es hat genau gepasst. Es war nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Nicht ein Ersatzteil. Und das ist echt mal ein ganz anderes Bauen. Ich muss sagen, es ist sehr entspannt. Aber irgendwie hat auch vielleicht so ein bisschen was gefehlt, weil man brauchte nicht mehr suchen. Man hatte ja nur die paar Teile in der einen Box, in der einen Schale. Und ja, hat dann sofort gefunden, was man brauchte. Zwei, dreimal habe ich, glaube ich, ein bisschen länger gesucht. Aber es war ja alles da drin. Also ja, war schon interessant. Und was ich auch interessant finde, ich habe so das Gefühl, dass hier, je nachdem, ich weiß nicht, ob Reobricks oder ob Lesti, ich vermute mal, Reobricks sitzt ja dahinter. Und das von denen wird nicht anders sein, gehe ich von aus. Deswegen sage ich jetzt mal Reobricks, ob die einen kleinen Wettbewerb haben. Wie viel verbotene Teile bekommen wir in ein Set unter? Weil das kam mir jetzt wirklich so vor. Denn das strotzt nur so vor Teilen, die geschützt sind durch Lego. Deswegen sage ich verbotene Teile, weil für andere Hersteller sind die quasi verboten. Und ja, ich habe ja hier meine große Liste mit den knapp 150, die alle geschützt sind. Die muss ich auch immer wieder zurate ziehen, weil ich manchmal mir auch noch unsicher bin. Aber die meisten habe ich mittlerweile im Kopf. Und ich bin mal grob gerade die Teileliste durchgegangen. Was wir denn hier so an verbotenen Teilen haben? Und ihr seht schon die Menge an Kreuzen. Da kommt einiges zusammen. Wir haben, haltet euch fest, 170 verbotene Teile aus 14 verschiedenen Kategorien. Circa 150 verschiedene Kategorien gibt es, die geschützt sind bei Lego. Nicht bei Duplo, nur bei Lego. Es kommt nochmal Duplo hinzu. Und ich glaube, es könnten sogar mittlerweile ein paar mehr sein, weil es ja jetzt irgendwie im Frühjahr nochmal eine Liste gegeben, eine Aktualisierung gegeben hat. Die nutze ich aber nicht, weil wir diese neuen Teile gar nicht benutzen, weil die keiner unserer Hersteller benutzt. Aber bis, sagen wir mal, Januar diesen Jahres gab es nur ca. 150 verschiedene. Und nach denen arbeiten wir ja auch. Und ja, alleine 35 von diesen Wedgeplates verboten. Jumperplates 2x2 verboten. Der Stein in 90 Grad verboten. Was haben wir denn noch? Ja, die Slope hier, die Curved Slope 1x1, äh, 1x2, 1x2 verboten. Der geriffelte runde Stein verboten. Fernglas verboten. Ihr hört viel verboten, ich weiß, aber es ist leider so. Diese Plate verboten. Der Bracket verboten. Also der Brick, Brick Modified. Dieser Brick Modified verboten. Die 1x1 Round Plate mit Loch verboten. Die hatten wir schon. Der Brick Arch verboten. Ich glaube, dann haben wir es auch beinahe alle. Das Laserschwert-Stück, Handstück verboten. Ja. Ich glaube, das müssten sie... Ah, nee, hier. Der Bracket 1x2 ist auch verboten. Übrigens, davon auch der 2x2... Nee, der 2x2 davon mit hängend, also mit quasi der Kralle nach unten, der ist erlaubt. Mit nach oben ist verboten. Aber der ist hier nicht benutzt. Von daher habe ich den hier nicht mit anmarkern können, müssen. Bei diesem hier muss man auch aufpassen. Hat der die Klammer so, ist der erlaubt. Hat der die Klammer so, ist der verboten. Also das muss man echt genau gucken teilweise, weil der eine Stein dann erlaubt ist, der andere nicht. Auch hier. Davon der 1x1 ist erlaubt. Der 1x2 mit 2 nebeneinander, der ist verboten. Und der war, glaube ich, auch hier irgendwo drin. Den übersehe ich nur, glaube ich, gerade. Aber ja, das ist halt... Hier gerade so hatte ich so das Gefühl, der Wettbewerb, wie viele verbotene Teile können wir in unsere Sets bringen, kam mir irgendwie gerade so vor. Aber ja, bauen lässt es sich gut. Aber ich kann deutlich verstehen, warum Rehobricks echt Stress bekommen hat auf der Messe mit dem Zoll und den Anwälten von Lego. Weil das ist heftig, was da an Teilen drin steckt. Alleine auch die, die man sieht. Hier oben die Wedgeplates sieht man. Die mussten sie dann alle rausschneiden auf der Messe. Gucken, ob noch was sichtbar ist. Tatsächlich sehe ich jetzt gerade sonst nicht doch die Arches hier, die Brick Arches. Die müssen raus. Aber dann ist, glaube ich, schon nicht so viel sichtbar. Aber ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall drin im Set und es darf nicht drin sein. Dementsprechend, ja, ich meine mich daran zu erinnern, dass dieses Modell immer noch bei einem gewissen großen Shop in Deutschland verfügbar ist. Ich gucke gleich nochmal nach und gebe euch dann gleich nochmal ein Update, ob das wirklich noch so ist. Aber wenn, hat das doch irgendwie schon ein bisschen Geschmäckle. Wie kann das sein? Wieso haben die das und wieso verkaufen die das und dürfen das verkaufen, wenn sie es noch haben? Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, geht weiter. Ich würde sagen, geht weiter. Weitere 131 Bauschritte sind fertig im zweiten Bauabschnitt. Und ja, das lässt sich hier wirklich gut bauen. Es geht auch rucki zucki von der Hand, weil man ja wirklich Tüte für Tüte baut. Und das macht riesen Spaß. Und es sieht schön detailliert aus. Wir haben hier Hühner. Wir haben hier viel Vegetation. Vegetation. Wir haben hier Birken. Wir haben hier eine Box mit Stroh. Wir haben hier einen Unterstand, der ein bisschen heruntergekommen ist, wo ebenfalls Stroh drin ist. Wahrscheinlich kommen da die Pferde hinein. Also wirklich richtig schön gemacht und durchdacht. Und ja, das Einzige, was ich gerade sehe, was ich falsch gemacht habe, ist hier. Ich mache nochmal den Baum weg. So schnell fällt man Bäume. Ich habe das hier quasi nach ganz unten geschoben. Das muss aber höher. Weil das ist im Prinzip eine kleine Birke, so wie es aussieht. Und die ist dementsprechend ja noch jung und unerfahren. Ja, jetzt muss ich den Einmaleins gerade hier nochmal auf die andere Seite nach unten schieben, wieder, dass ich das Ding wieder fest bekomme. Das geht allerdings nicht mit einer Hand. So, die junge Birke sitzt. Wir haben das soweit fertig. Und ich habe übrigens nachgeguckt. Ja, es ist tatsächlich so. Dieses Unternehmen, ich möchte keinen Namen nennen. Jeder weiß, was ich meine wahrscheinlich. Verkauft weiterhin dieses Set ohne irgendwelche Änderungen, ohne geschützte Teile entfernt zu haben. Eins zu eins, so weiter. Ist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, die ich richtig gut finde bei dieser Anleitung. Bei allen Plates und Teils, außer 1x1 und 1x2, glaube ich, steht immer die Länge und Breite dabei. Das finde ich super. Selbst bei den Pins wird immer einzeln mit aufgeführt. Genau, bei 1x2 nicht. Aber bei 1x3, glaube ich, ist es schon der Fall. Ich gucke mal gerade, ob ich was sehe. 1x4 auf jeden Fall. Aber 1x3 war, glaube ich, auch. Wo hatten wir denn hier 1x3? Wir hatten doch hier auch 1x3, das weiß ich. Ich bin nur gerade zu blind. Versteckt sich jetzt extra vor mir, wa? Ich will nämlich nichts Falsches sagen, deswegen gucken wir lieber nochmal nach. Aber es war doch, glaube ich, der Fall. Das sind recht dicke Seiten. Und trotzdem kriege ich die mit meinen leicht fettigen Fingern gerade nur schwer geblättert. Hier, 1x3, genau. Bei 1x3 wird es noch schon mit angezeigt. Also das ist wirklich eine toll gemachte Anleitung. Und da man Tüte für Tüte baut, geht das so leicht, locker, flockig von der Hand. Das macht riesen Spaß. Und ja, ich finde das Set echt cool. Abgesehen davon, dass es verbotene Teile enthält, echt cool. Jo, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem dritten Bauabschnitt. Für euch geht das jetzt hier sofort weiter. Für mich ist hier jetzt allerdings ein Cut. Und ich mache beim nächsten Mal weiter. Aber ihr seht jetzt hier sofort den Anschluss. Viel Spaß, weiter geht's. Musik. 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 Oh, da sind wir fertig. Wir haben nun die nächsten 135 Bauschritte erledigt. Wir sind jetzt schon im Schankraum, wie man sieht, mit leicht gedecktem Tisch. und ja hier den kellergang zum kriechkeller einen kleinen kamin das lässt sich echt super bauen qualitativ ist das hier echt nicht schlecht und ja auch diese art von wegen nur eine tüte aufreißen sofort losbauen finde ich richtig cool das sollten sie eigentlich mal alle machen dann kann man viel entspannter bauen weil ja es ist anders man vermisst anfangs das teile suchen aber das verfliegt weil das bauen eigentlich im vordergrund steht und das für die die dafür das bauen im vordergrund steht ist das einfach die beste sache ich sehe gerade ich habe hier so leicht schief gebaut aber gut das sind steine die müssen nicht gerade sein das ist ja gemauertes altes ja das passt schon nee und das macht riesen spaß und du hast halt immer nur eine tüte aufzureißen und baust weiter dann ist die tüte leer dann nimmst du die nächste tüte und baust weiter das einfach cool einfach cool allein deshalb muss ich mehr von der sache haben also ja muss ich mal gucken was mich da so interessiert was die so an themen haben was für mich in frage käme das hier ist auf jeden fall echt cool gemacht und macht wesentlich mehr spaß muss ich sagen als das gasthaus zum goldenen kelch oder wie das heißt von blubricks und das ist hier etwas durchdachter noch ich finde das einfach cool und ich weiß gar nicht was ich noch sonst dazu sagen soll außer dass das riesen spaß macht klar einzige manko was ich habe sind hier vorne diese sticker die die holzoptik machen dass das da oben drauf sind ja alles dicker hier das muss nicht sein das muss beim besten willen nicht sein aber das ist auch so der einzige kritikpunkt den ich habe und ich hatte vorhin ein teil ja gut abgesehen von den ganzen verbotenen teilen aber das muss halt jede firma für sich wissen wenn die das meinen machen zu müssen aber das ist halt dann auch ein risiko für die verkäufer wenn die das dann anbieten wollen aber was ich hatte ein teil das hat eigentlich gefehlt kann man sagen weil man baut ja tüte für tüte und es geht um diese einmal sechs fliese die fehlte in der tüte mit der ich gerade zugange war dann habe ich aber in die nächste tüte geguckt und da war die drin hab dann die anleitung natürlich durchgeguckt ob die da irgendwo noch gebraucht wird nein die ist einfach nur in die falsche tüte gerutscht die hat nicht gefehlt sondern die war dann einfach nicht in tüte 5 drin sondern in tüte 6 oder tüte 4 und 11 war nicht drin und tüte 5 also eine tüte weiter und hat dann aber wunderbar geklappt hier das hier wird wahrscheinlich schon der anfang für die treppe sein so wie es aussieht die nach oben führt ich bin mal gespannt wir bauen das auf jeden fall dann in zwei wochen weiter bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden aber es gibt ja immer was spannendes bei mir zu sehen von daher hohen abgerupft ja dinge die auf einer noppe sitzen und dann irgendwo auf der ecke rumtouren sind halt gefährdet moment mal ich muss meine rechte hand nehmen das geht vielleicht besser wobei das ja nicht einfach so zack also das macht schon riesen spaß das macht riesen spaß schön detailreich noch mal von allen seiten ja das war es für heute ich hoffe euch hat es gefallen mir hat es riesen spaß gemacht kann ich nur immer wieder erwähnen und ja ich freue mich riesig dass ich dieses set gewonnen habe und bin gespannt wie es ausschaut wenn es fertig ist weil das sieht auf dem bild schon grandios aus auf die bautechnik die noch kommen bin ich gespannt ich lasse mich jetzt nicht weiter spoilern ich mache jetzt zu und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter bei einem nächsten video wieder baut rein